Was ist die Schwarzwälder Kishtorff? Freiburg liegt südwelschlich von Deutschland, in dem Schwarzwald. Freiburg im Reisgau ist die Landeshauptstadt des Landes Baden-Fürtenberg und hat 230.000 Einwohner. Es ist eine dynamische Universitätsstadt. Das ist die Kathedrale. Eine typische Speise ist die Schwarzwälder Kishtorte. Es ist ein Schokoladenküchen mit Alkohol und Kirschen. Freiburg ist eine Grünstadt. Die regierenden Parteien sind die Grünen und die CDU. Hier ist das erste OCO-Virtel, Vauban. Jetzt hat Vauban in der Welt viele OCO-Virtel inspiriert. Riesefeld ist auch ein OCO-Virtel in Freiburg. Die OCO-Mobilität ist sehr wichtig. In Freiburg finden die Leute das Fahrrad oder die Bahn besser als das Auto. Dank der Bürgerbeteiligung ist dies alles möglich. In Freiburg möchte man die erneuerbare Energie fördern. Die Freiburger Devise ist Atomkraft Nein Danke. Sie lehnen die fossile Energie und die Atomkraft ab. Sie lehnen die Wirtel in Freiburg.